Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werden wir den Trimax Charity Cup spielen. Das Ganze ist tatsächlich in einem normalen Turnierformat von Apple Games sozusagen gesponsert worden. Auf jeden Fall macht glaube ich bei dem Event auch noch MikiTV und andere Fortnite-Streamer aus dem deutschsprachigen Raum mit. Natürlich als sozusagen Caster, die dann wahrscheinlich automatisch mitspielen werden, weil die natürlich sonst... ...wahrscheinlich zu schlecht für das Game wären. Und deshalb könnt ihr eben halt instant teilnehmen. Allerdings hat eben halt jeder andere auch die Chance, sich hier zu qualifizieren. Dazu muss er nur unter die besten 10 kommen. Und dann hat man das Ganze auch. Ich habe zwar jetzt schon vor dieser Runde zwei Runden gespielt. Aber es hat einfach mit... Also ich wollte eigentlich aufnehmen und streamen gleichzeitig. Funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Musste mich aber nach dem Urlaub darum kümmern. Davor habe ich wirklich überhaupt keine Zeit. Dann ist auch schon der nächste Gegner. Easy. Easy. Nein, schade. Und das war weise gespielt. Natürlich eine kritische Situation hier. Easy. Danke, Bro. Ah, schade. Oh, ja, ja. Ah, schade. Oh, wie viele waren hier. Oh, ja. Ganz entspannt. Easy. High ground. Okay. 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 So. Das war's für heute. Was ist das? Was ist das? Boah, alter. Easy clap. Haben wir uns genau oder ungefähr gleich viel Damage gemacht? Komplett dumm. Okay. 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 Oh nein. Okay. 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 Krätsche. Boah. Mit dem letzten Schuss. Das war es auf jeden Fall mit dieser Folge Fortnite. Ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.